...Kameraden hier vorzustellen. Die Leute, die uns schon kennen und schon früher gekannt haben, die wissen ja, der Berg und der Merk, die sind leider nicht da, weil die schredien müssen. Nein, nein, das ist gut. Auf jeden Fall haben wir einen super Neuzugang am Schlagzeug, den David Matuschek. Und ja, für die, die uns noch nicht kennen, das ist der Marvin, Marvin Rieck an der Gitarre. Das ist der Linus Pasha, sehr bekannt hier vor uns. Ich heiße Dominik, viel Spaß noch heute. Aber dann ist es doch ein Weekend. Du sagst, ja, ich bin ein Wiggen-Mam. Ich bin ein Wiggen-Mam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017